Hallo, laufen wir schon? Ja, aber du bist wieder mitten nach dem Haar reingekommen. Hallo, laufen wir schon? Ja, wir laufen schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Juhu! Ich habe gerade einen Stein im Innenhof auf dem Kopf gekriegt, deswegen bin ich ein bisschen komisch. Tut mir leid, ich habe nicht auf dich gezählt. Verstehen Sie, wenn ich den Stein geworfen habe? Es ist schon wieder Steinmontag. Ja, also Steinzeit. Uh, nice. Hammerzeit. Ho, 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 ho. Ja, ich habe ein Update von einer alten Folge von uns. Echt? Ja. Hör auf. Man sagt ja, bei unserem Podcast verändert die Welt nicht, aber neben der Tower Bridge in London ist eine Skulptur von Jeff Goldblum aufgetaucht. Eine mehrere Meter große Skulptur, in der wie in Jurassic Park, mit schwarzem offenem Hemd. Was heißt aufgetaucht? Na, ich nehme an, dass wir dafür verantwortlich sind. Ja. Ich hoffe, auf dem Wasser. Hat jemand aufgestellt? Ne, weiß ich nicht. Womöglich. Also, Jeff Goldblum hat es schon kommentiert auf Instagram mit zehn von zehn Goldblums. Ich suche es mal raus. Ganz großes Podcasting mit Klaus. Ich dachte, er hat sowas gesagt wie Danke, Klaus und Dirk. Telefon, was sucht. Thank you, Klaus. Habe ich aus dem Subtext. Also geht mal jetzt alle, geht jetzt alle auf Instagram, ich sage mal, was wir jetzt machen, und dann tippt ihr Jeff bei der Suchfunktion, das ist die Lupe. Langsam, langsam, langsam. Okay, ich bin jetzt bei Instagram. Ja. Und jetzt habe ich eine Lupenfunktion. Genau, da drückst du drauf, dann tippst du Jeff, und dann könnt ihr nachverfolgen, was hier jetzt gerade... Jeff mit Doppel F. Jeff, J-E-F-F. Also bei mir kommt Jeff Goldblum als erster Treffer, aber nur, weil ich Jeff Goldblum jeden Tag zwei Nachrichten schreibe. Lücke Goldblum. Naja, auf jeden Fall, das ist... Sehr geil. Ja, ne? Ziemlich gut. Ganz großes Podcasting. Wenn ihr das hört hier, dann wurde Sascha Keller schon aktiviert. Aber das sollte uns nicht grämen. Und wir ziehen heute einfach... Oder gibt es auch irgendwas? Ne, weiß ich nicht. Wollen wir was besprechen? Ja. Also wir können nämlich jetzt eigentlich gleich loslegen... Aufhören. ...oder das. Wahrscheinlich das besprechen, was wir schon so oft gemacht haben. Und ich habe da schon ein paar Mal daran gedacht, ich dachte, scheiße, mach es doch einfach. Erzähl mir... Ich habe eine Ahnung. Hat es was mit Castings zu tun? Ja! Das war mir so klar. Erzähl mir deine besten Castings und oder Set-Geschichten, weil da haben wir auch schon so viel Dummscheiß erlebt, dass ich dachte... Hast du Set- oder Sex-Geschichten gesagt? What the fucking difference? Weil wir Pornodarsteller sind. A7-Gruß. A7-Gruß? Zwischen Mainau und Hambon. Cool. Ausgedachte Orte. Mainau gibt es bestimmt wirklich... Ja, bestimmt an der A7. Mainau in Hessen. Ja, da geht der A7-Teil der A7-Teil der A7. Also, kannst du die Frage nochmal stellen für unsere Zuhörer, die nicht wie ich über das gleiche kurzgeschlossene Hundehirn verfügen wie du? Erzähle mir deine besten Castings und oder Set-Geschichten. Nee, was sind deine? Ist ja keine Frage. Liebes Tagebuch. Machen wir das jetzt abwechselnd? Manchmal haben wir auch die gleichen Castings. Also zum Beispiel muss man dazu sagen, wir haben so manche bescheuerte Regeln. Eine besagt, besuchen wir das gleiche Casting und einer von uns beiden bekommt es, was meist Werbequatsch ist. Genau. Dann schuldet er dem anderen ein Bier. Ein großes Bier. Das ist ähnlich, wenn wir... Früher war das mal ein Stiefelhake. Daher kam es. Das ist ähnlich, wenn wir trainieren. Das hat letztens Klaus angefangen. Wenn wir beim Laufen Geld finden, draußen irgendwo, dann gehört es nicht dem, der es findet, sondern das ist Biergeld für beide, die trainieren. Also uns beide. Ich habe einen Fünfer gefunden, der lag einfach rum. Ich habe letztens 2,50 Euro gefunden, der lag einfach rum. Das ist schon gut, ne? Das ist Rabatt gewesen. Mehr als 10 Prozent. Da sagt man, man soll nach oben schauen im Leben. Nee, nach unten gucken. Genau. Guckt mehr nach unten, ist mein Rat an euch. Ja, die Klaus, du bist ja beim Laufen auch eher, der jemand, der in die Ferne guckt, und ich schaffe es nur irgendwie so fünf Meter weit zu gucken. Ich weiß nicht, ich kriege den Kopf nicht hoch. den Suchblick. Da musste ich neulich dran denken. Ich war mal bei einem Casting für eine App. Ja, das ist auch die Sache. Also ich glaube, wir können halt dann, wir sagen, nein, wir sagen nicht das Produkt, nicht genau wo und welches Casting-Büro. Wir sagen nicht die Casting-Agentur und ein Caster, denken wir uns im Vornamen. Eigentlich die Caster kenne ich, ich kenne euch zwei Casternamen oder so, drei. Also ist es ja auch eigentlich völlig irrelevant. Das ist ja für uns. Ein Casting für eine App. Und in dem Spot ging es darum, ich muss versuchen, das zusammenzukriegen, ich glaube, die Frau hat die ganze Zeit mit so einer App gespielt und der Mann wollte sie verführen. Also verheiratetes Paar und er steht dann so im Morgenmantel da an der Tür und macht dann so den Morgenmantel auf und hat dann nur eine Unterhose an. Und entsprechend war natürlich auch das Casting in Unterhose. Weil die wollen ja sehen, was sie bekommen. Ja. Es ist ja nur so eine Hunderschau. So. Und ich finde es nicht schlimm, die Szene in Unterwäsche zu spielen. Was aber ein bisschen demütigend war, war die Vorstellung, nur in Boxershorts zu machen. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, also wenn du die Szene spielst und dann ergibt sich, warum du eine Unterhose an hast, finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn du nur in Unterhose dastehst und deine Vorstellung in Unterhose machst. Hi, ich bin Klaus. Hä, du warst in der Vorstellung schon in Unterhose? Ja. Wieso das denn? Gute Frage. Wieso? Also nicht meine. Also wie gesagt, die Szene und so, alles kein Problem. Aber du kommst... War das die Casting-Eintub, wo wir am meisten sind? Nein. Okay. Da hätte ich dir das so zugetraut. Ja, ja, ja. Weil da habe ich zum Beispiel... Und da mit 15 anderen Leuten, die auch schon in der Unterhose da warten. Ich meine, die Szene ist ja vollkommen okay, aber das Vorstellen sollte ja unabhängig von deiner Figur sein. Und das würde ja besagen, dass Klaus immer in der Unterhose rumrennt. Ja, und ich finde es ja okay, dass du dich dann vielleicht noch vor der Szene einmal drehst oder so. Schaust du dich dann beim Casting auch drehen müssen? Nein, du musst ja ins Profil gehen. Und es ist unglaublich... Du brauchst nicht lächeln, wir fotografieren nur deinen Schwanz. Genau, also mal kurz zum Ablauf für alle Nicht-Initiierten. Man sagt ja kurz seinen Samen. Man sagt kurz seinen Samen. Seinen Samen. Bitter bis cremig. Du meinst jetzt ein ganz normales Werbekasting. Genau, ganz normales Werbekasting. Bei anderen geht es gleich los. Ja, genau. Du stellst dich vor, sagst, was du bisher schon gemacht hast, ob du Kameraerfahrung hast, gegebenenfalls. Manchmal ist es halt auch Rattekatz kurz. Alter, zeigst deine Hände, Hände von der anderen Seite, drehst dich in die Profile und gehst manchmal ein paar Schritte. Bewerbe nicht das Produkt bei deiner Vorstellung, was auch ganz gerne Leute machen. Oh, ich habe alle ihre Autos. Oh, ich liebe, ich esse so gerne das. Oh, das ist so lecker. Ja, danke. Cool. Schön, siehst du, dass der Cast da fast kotzt, wenn er sowas will. Ja, damit hebt man sich auch richtig aus der Masse ab. Naja, auf jeden Fall, die Vorstellung, schon in Unterwäsche machen zu müssen, das war schon ganz schön. Das ist ja demütigend. Demütigend, ja. Also da fühlt man sich wirklich wie der Hund in der Hundeschau. Also ich hatte auch schon mal ein Casting in Badeklamotten irgendwie und da war die Vorstellung ganz normal in Klamotten. Das demütigend fand ich nicht für mich, sondern für meine Partnerin, weil die sollte halt auch in Bade in dem Moment oder in dem Fall dann halt im Bikini sein. Das hatten sie natürlich drunter und fragte halt nach der Vorstellung von wegen, wo kann ich mich umziehen? Ich wollte nur sagen, ich hatte da kein Problem für mich damit und ich kann es vollkommen verstehen, dass sie sagt, finde ich halt, wo kann ich mich umziehen? Und dann hat sie gesagt, wir umziehen. Mein Kollege hat sie auch schon fast umgezogen. Und dann sollte sie sich halt auf der Bühne, auf der Bühne, im Studio halt umziehen. Ich habe mich demonstrativ weggedreht, habe mich zu den Kameramannen und Caster halt umgedreht, um zu zeigen, Alter, klar hat die gleich Badeklamotten an, aber wir müssen jetzt nicht anschauen, wie sie sich auszieht, weil das gehört nicht dazu. Und da habe die halt beiden angeguckt, die haben mich nur kurz verwundert angeguckt und dann sie angeil. Da dachte ich so, oh, was für ein ekliger Moment. Also das war richtig. Und so fühlte sie sich natürlich auch die ganze Zeit. Ja. Okay. Er hat mich gerade nur gefragt, das ist großes Podcasting. Ich habe mich gerade gefragt, welche Castingagentur und hat es halt richtig geraten, weil da passiert halt ja noch was. Also eigentlich war es klar, aber ja. Ja, wir waren jetzt vor zwei Tagen bei einem beliebigen Casting. Die erste Schere wurde gesetzt. Ich denke mal, jetzt hier ist nichts passiert. Ein nahtloser Schnitt. Hier hat keiner das Produkt genannt. Produkt genannt. Sonst sieht man die Augen von Klaus ganz selten. Eben sah man nur das Weiße. Das schwitzende Weiße. Ja, es ist leichter, wenn wir das jetzt schon rausfiltern, weil nachher muss sich dann halt einer Hunde und Zinssitz nicht alles anhören. jedenfalls waren wir bei einem gemeinsamen Casting, wo wir ganz lustige Spielereien mit und durften mit Kindern Casting machen und da ist es natürlich, man sagt am Set beziehungsweise im Casting ist es mit Kindern wie mit Tieren, man weiß nie, was passiert und oder im Saarland und ich hatte echt Glück, weil das Kind hat mich ausgesucht. Also es war mit einem kleinen Das kannst du dem Richter erzählen. Genau so war es. Bei der Vorstellung war ich mit einem anderen Typen drin, der halt auch, also ich habe einen Papa gespielt, der hat auch einen Papa gespielt und der Kleine, also es waren zwei Jungs da und dann Inhalt können wir jetzt eigentlich sagen, weil das noch kein, ja, aber es ging halt darum, Es wurde ein bisschen körperlicher mit den Kindern. Das ist echt, ich bin da raus aus der Geschichte. Jedenfalls hat der Junge allen nur ein Loch im Bauch gefragt und bei der Vorstellung sollte man halt ein bisschen mehr über Schauspiel, was man echt sonst selten erzählen sollte und da habe ich halt nur erzählt, dass ich jetzt gerade mit Wolfgang Barrow drehen durfte und dann hat er gesagt, oh mein Gott, du musst mir alles erzählen, du musst mir alles erzählen. Ich darf nicht was, ich darf nichts erzählen. Bist du gut oder böse? Was machst du? Mit wem? Nein, darf ich nicht. Und dann war halt dann, dass der Caster mich mit dem anderen Jungen zusammensetzen wollte, also von wegen Szene spielen. Nein, 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 ich spiele mit ihm, ich spiele mit ihm und kam halt angerannt und klammerte sich an mir fest. Der hat ziemlich viel Energie gehabt, aber das brauchte man auch für die Szene und der andere war halt krass schüchtern und ich bin nicht jemand, der halt wie Caster dann auch ganz gerne das Kind voll quatscht oder was ich überhaupt nicht mache, ungefahr Kinder anfassen. Das finde ich halt voll, also ich meine, außer das Kind springt dich natürlich an, dann mache ich jetzt nicht einen Sidestip und sage, hä hä, deine Schuld, sondern dann fange ich es halt auf. Aber dann ist halt die Brücke oder die Hürde halt durchbrochen worden vom Kind, aber das ist halt voll eklig. Erzähl es dem Richter. Also es gibt öfter mal, dass dann halt einfach der Caster sagt, jetzt zieh mir doch einfach einen Arm, jetzt halt ihn doch mal an der Hand sowas und dann frage ich jedes Mal, ist das okay für dich, weil ich finde das so, also so, so. Naja, und dann war ich aber ehrlich gesagt froh, dass der Kleine dann halt einfach angerannt kam, weil das braucht es auch und der andere war halt sehr, sehr schüchtern, was ja vollkommen okay ist und das ist immer das Schuld der Eltern, wenn die die Kinder da hinschieben und die das vielleicht nicht wollen oder was du auch gerne hast, am Set habe ich halt auch schon gehabt, Kinder, die sich halt dann verstecken, anfangen zu weinen und die Mutter dann sagt, der liebt das, der liebt das und du denkst, Alter. War das bevor oder nachdem du sie angefasst hast? Das Ding ist durch. Der Gag ist nicht durch. Ja, doch. Soll ich denn hier rausgehen? Nein. Naja, aber du hast ja auch gesagt, dass du halt ein... Ich hatte auch ein aufgewecktes Kind. Ja, und das ist ja halt voll wichtig. Genau, also das war noch, das kann ich ja sagen, die Anweisungen waren etwas komplexer für die Szene, also da kenne ich manche erwachsene Kollegen, die dem nicht hätten folgen können, aber der Junge hat das einwandfrei umsetzen können und wusste genau, was passiert. Und wie gesagt, manchmal hast du ja erwachsene Schauspieler im Casting, die keinen Plan haben, was da passiert. Oder Improvisationstalent, das ist halt auch voll groß. Ja, weil bei Werbung hast du regelmäßig Laien, die halt entweder gar keine Erfahrung haben oder vielleicht irgendwie aus dem Fotobereich kommen und sind hauptberuflich Modell oder sowas. Hey, ich bin doch Harald und ich bin Quantenmechaniker. Hatte ich jetzt noch nicht, aber geil, weil ich hatte, vor ein paar Monaten hatte ich ein Casting mit Obst, das wäre außer lustig. Ah, Obst, also ich sage mal, Obst. Erzähl mal, ich hatte irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit die Geschichte, ich wusste nicht mehr, wie sie war. Am Set hast du doch mal in Milch gelegen, oder? Oh, das, boah. Sprich, woher kommt diese Milch? Von welcher Mutter? Oh Mann. Oh Gott. Also es gibt ja, wie heißt er, es ist John Collins in Cleopatra, die Cleopatra spielt, die in Milch badet. Und wie haut ihr so ein Filmklassiker aus den 60ern? Es gab aber auch mal einen Darth Werbespot, wo eine Cleopatra in Milch badete und ich glaube, es war in den 80ern. Ich dachte, der hätte sich dann in den Filmen orientiert. Vielleicht war darfst du erst und dann Cleopatra. Du darfst. Das ist gerade eine Mischung aus zwei Werbespots? Ja, richtig. Das ist so ein Beauty-Traum und so, du hast so ein Milch. Es ist ein Beauty-Traum. So ein Milch- und Honigbad. War das am Set oder war das beim Werbespot? Das war am Set. Das war auch kein Werbespot. Das war ein Film für die, das kann ich ja sagen, für die Universität der Künste in Berlin. Und da hat man öfter mal einen Beauty-Traum. Nee, und es ging darum, dass verschiedene Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Liebe, Captain Planet, verschiedene Elemente in so einer weißen Oberfläche versinken und dann als neues Element wieder auftauchen. Das heißt, wir hatten nur die Aufgabe, du tauchst ein ins Wasser und tauchst wieder auf. Das klingt jetzt nicht so mega komplex. Ich war Erde. Du warst einfach mal in Milch. Wusstest du das vorher? Ja. Du wusstest, dass du in einer Wanne liest mit Milch? Aber ich wusste nicht, wie schlimm das ist. Wieso? Weil die kalt war? Warte, nee. Also erstens ist es keine nicht durchgehende Milch, sondern da ist nur genug Milch drin, damit es weiß ist. Das ist wie 0,3%ige Milch. Ja, genau. Weißes Wasser. Genau, die ist noch weiß. Und wir lagen mit dem Rücken drin und sind dann untergetaucht mit dem Gesicht und dann wieder hoch. Und das Problem... So flach, dass die Milch in die Nase läuft? Genau. Das ist das Problem dabei. Und deswegen haben wir diese Oropax-Wachspfropfen uns in die Nase stopfen müssen, um die Nase abzuschließen, damit ja nicht zu viel Milch in die Nase läuft, während du unter Wasser bist. Nicht zu viel Milch? Das ist bestimmt mit der Säure auch ganz geil in den Schleimhäuten. Ja, und in den Augen. Milch in den Augen. Das ist einfach mal richtig schlimm, um danach aufzutauchen und die Augen aufzumachen. Und dann hast du halt, was du ja an jedem Set hast, dann irgendwie stimmt mal die Schärfe nicht oder so. Und du konntest echt nur so ein paar Takes davon machen. Ich meine, abgesehen, dass ich die ganze Zeit in Badehose da rumhing, aber das war jetzt tatsächlich nicht so schlimm. Außer du bist dann halt so halb in Milch irgendwie und du säßt auch draußen. Das war so ein Kinderpool für einen Garten, der voll damit war. Und das war so schlimm. Meine Augen, meine Nase, das hat so gebrannt danach. Das habe ich den ganzen Abend und ich glaube noch zwei Tage danach total fertig gemacht, dieses in dieser Milch zu hängen. Aber dafür habe ich den Film auch nie gesehen. Du hast in Milch gelegen, aber... Ja, es gibt nur ein Beweisfoto davon, wie ich wie so ein halb untergetauchter Flake bei den Clusters halb in Milch liege. Und das war wirklich, das ist richtig, richtig schlimm. Also ich kann es nicht empfehlen. Wenn ihr in Milch badet, um Himmel zu werden, lasst den Oberkörper draußen. Also wirklich, kein Geschenk. Also Cleopatra hat das nicht komplett gemacht. Und halt, wie gesagt, dieses Wachs-Oropax in der Nase. Wachs-Oropax? Also die normalen Oropax sind gewachste Nase? Es gibt doch einmal die Wachspropfen und einmal diese Gummidinger. Wusste ich nicht. Achso, naja, also die Gummidinger sind ja, die du wiederverwenden kannst, die du so ein bisschen einrollst. Ja, ja, die kenne ich. Und das Wachs, damit baust du dir halt quasi so eine Passform und verschließt es deine Ohren. Also die sind quasi besser, aber die kannst du nur einmal nutzen. Ich glaube nicht, dass die unbedingt besser sind. Weil ich kenne zum Beispiel, habe ich bei Amazon gesehen, halt so eine Masse, die du anrühren musst und die du dir dann ins Ohr gießt und die härtet dann aus und die soll dann halt so ein Gummiding sein und das soll halt genau, also es soll halt besser sein, als die andere Masse genau deine Passform ist. Aber ich meine, den Bass kriegst du ja immer rein, weil das ist ja... Ja, es gibt ja auch spezielle für Bassshots. Ja, aber ich meine, das ist doch eine Vibration, die durch den Kopf... Aber ich meine, es gibt bessere Bassfrequenzen, also die Höhen mitten. Bessere, bessere, bessere. Also die gelben nehmen die mitten raus, die grünen die Höhen und die rosa nennen die Bässe, glaube ich. So rum ist es. Oder grünen Bässe? Nee, grünen Bässe. Naja. Ist das International nur von einer Firma und die anderen machen das vielleicht gerne so genau umgedreht? Ja, ich glaube, das ist aber eine Firma oder die größte, die man hier halt so in der Apotheke bekommt. So wie Teraband. Da ist es das Goldene das Stärkste und bei den anderen und es ist halt das Schwarze Starke. Das Starke Schwarze oder so. Ja. Ach, irgendwas wird dir eingerissen. Naja. Auf jeden Fall in Milch baden. Kann ich nur empfehlen. Aber du wolltest... Vorher hast du gesagt, du hattest gerade eine lustige Geschichte. Nee, mach mal du eine. Ich versuche mich zu erinnern. Ich mach mal du eine. Vorher erzählen wollte. Das Doofe ist, mir fallen immer Geschichten von dir ein. Zum Beispiel hast du irgendwie so eine komische App oder irgendwas mit 3D-mäßig, wo du meintest, am Set war ein bisschen Porno. Und du hast irgendwie... Ja, weil keiner Porno sagen wollte. Also... Also für die Funktion, genau. Das ging um die Funktion, das heißt HoloLens, heißt die Technologie, die ist entwickelt vom Fraunhofer-Institut. Und bei dieser Technologie geht es darum, dass du volumetrisches 3D erzeugst. Was ist volumetrisches 3D? Echte 3D-Modelle, auf die du zugehen kannst. Also wie du halt... Kann man sie anfassen? Noch nicht. Mit einer VR-Brille durch einen 3D-animierten Raum gehen würdest. Also wie wenn du Resident Evil auf der Playstation spielst. Oder dein ausgebautes Dachgeschoss, die du schon mal anschaust. Genau. Und das funktioniert ja mit so 3D-Modellen, die gebaut wurden, aber eben nicht mit Sachen, die gefilmt wurden. Und mit dieser Technologie kannst du halt mit mehreren Kameras aus echt abgefilmten Szenen so ein 3D-Modell bauen. Auf das Leute zugehen können. Das heißt, du kannst auf die abgefilmten Schauspieler zugehen. Und wie sie sich da rumgedruckst haben mit ihren Einsatzzwecken. Ja, das kann man ja auch einsetzen für Immobilienbegehungen. Pornos. Das ist Technologie für Pornos. Ja? Da kannst du dir die Alte aus jedem Winkel ansehen. Hat das denn jemand mal hinter der Kamera irgendwie gesagt? Nee, keiner. Keiner. Aber wusste doch jeder. Ja, natürlich. Oder halt auch für so eine Tier-Doku zum Beispiel. Kann man richtig auf die Tiere zugehen. Pornos. Das muss nur in der Porno-Industrie dann nicht hier so billig VR, wo du nur dich umschauen kannst. Ich meine, die sind doch eh, die geben doch eh den Ton an bei neuen Technologien. Warum nicht einfach das denen mal zukommen lassen? DVD und Blu-Ray und weiß nicht, ob VHS auch schon porno prägend war. Ich glaube, in manchen Ländern würde es keinen Breitbandausbau geben ohne Pornhub. So. Hast du jetzt deine Story? Nee. Nee, die ist weg. Die ist weg. Komplett genommen. Hatten wir den schon mal gemeinsam irgendwie? Wir sind jetzt alle wahrscheinlich beim Cast. Kennst du das, Vincenz, wenn du in so Massencasting bist und die Leute sich halt alle ratzefatz vorstellen sollen? Jemand ist halt sehr nervös, war lange nicht da, weil die Person halt jetzt jahrelang Theater gespielt hat. Und der Caster versucht sein Standardfreundlichkeitsding und merkt dann von wegen, oh, voll verschissen. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Und dann fängt die Person an und erzählt dummerweise ein bisschen was über sich. Und das will ja aber gar keine wissen. Also ich meine, das weiß sie ja leider nicht. Ich hatte halt irgendwas, wo du sagst von wegen, hallo, mein Name ist und ich komme aus und ich mache gerade das und es läuft nichts und er und der war kein Abbau oder kürzer. Danke, das finden wir ein Handy. Tschüss, das war's. Und die Dame war vorher da und meinte, oh, das muss ich erzählen, ich war gerade in der Bahn, da saß so eine Frau, die hatte ein unheimlich interessantes Profil, die war wirklich 60 oder sowas, die hat echt total viel erzählt mit jemandem und gesagt, fand ich echt verspannt, ich würde echt das Bild noch weiter anschauen, aber ich musste dummerweise früher. Und dann fängt die so an und du siehst halt, wie alle sich dahinter irgendwie angucken, weil halt irgendwie sechs, sieben warten und gesagt, mach die denn, und der Caster packt sich plötzlich so an den Mund und macht dann halt hier die Halsabschneider-Geste, also von wegen, hier, werd fertig, es war's. Sie saß natürlich nicht, weil sie komplett im Licht stand und dann fertig und meinte, okay, für alle anderen konzentriert euch auf 20 Sekunden. So, und du hast doch gesagt, ja, 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 ich habe gedacht, du würdest das anders interpretieren und das war dann halt so, sie fühlte sich halt scheiße, er wollte halt weiter runterreißen, meinte, soll ich noch mal machen? Nee, nee, ist gut, ist gut. Und war dann halt irgendwie, gab ihr das Gefühl, ja, das war jetzt nichts, das war jetzt scheiße. So, aber ich dachte, klar, du weißt nicht, wo die Leute immer herkommen und nicht jeder macht halt irgendwie 20 Castings im Monat oder sowas. Und wenn du halt dann irgendwie drei Jahre oder das erste Mal das machst und vom Theater kommst oder so, dann kann das passieren, dass wenn jemand sagt, ich erzähle über dich, dass du über dich erzählst, so, weil du das halt für bare Münze nimmst. Und das ist halt, ja, das ist halt schon ein paar Mal passiert, in dem wir, ja, nichts machen, so. Und du bist ja auch kein Kollegenschwein, weil weißt ja nicht, was, dass derjenige so losgeht. die elegante Lösung wäre dann natürlich einfach, wenn du halt vorher Leute, die du noch nie gesehen hast im Castingstudio fragst, ob sie es schon mal gemacht haben und du dann in dem Fall einfach die anderen Leute sich zuerst vorstellen lässt. Ja, ja, ja. Aber das ist schon wieder, also das ist schon wieder viel zu viel mitgedacht. Das ist, als ob man über eine deutsche Behörde spricht. Aber das, das habe ich aber damals echt, war ich in einer Schauspielschule, da hatte ich irgendwie eins meiner ersten Castings und da habe ich Leute voll gequatscht. Und da war halt irgendwie so ein Mädel, der so und meint, ja, ich bin jede Woche auf zwei, drei Casting. Da dachte ich, was? Zwei, drei pro Woche? Und dachte, wow, wie krass ist das? Und ja, also ich lebe davon, also ab und zu bin ich beim Theater noch, mache ich da irgendwie einen Empfang, aber echt nur einmal im Monat oder so, das ist Spaß. Aber nö, das ist so mein, äh, leck mich am Arsch. Ich dachte, das ist ja, äh, leck mich am Arsch. Ja, aber ich fand das halt, und dann habe ich halt ganz klar gewartet und habe mir die halt abgeschaut, was die so machen. So, und dann habe ich das halt auch versucht, so prüstener zu machen. Das Lustige ist, wenn du halt dann vergisst, dass jemand dich fragt nach den Händen, äh, weil die halt die Kamera halt dann scharf stellen auf dein Gesicht und ein Nah- oder ein Close-Up machen und ich am Anfang dann so, alles klar, das war's, und das sind meine Hände und dann, wow, wow, warte, 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 was machst du, was machst du? Macht man doch so, oder? Dann stand ich ein bisschen doof da, aber, naja. Aber das gibt es so oft, dass halt Leute, äh, diese Lücke dann irgendwie, beziehungsweise ich glaube, wir machen das auch beim E-Casting, dass wir dann halt bei Vorstellungen irgendwie einfach sagen und dann... Hi, mein Name ist Klaus, ich bin ja nicht mehr Jahre alt, ich bin aber derzeit nicht so ein R. Danke. Er hat gerade zum Schluss nochmal eine leichte Handdrehung gemacht, um zu zeigen, das ist meine Hände und Profil. Da gab es ja die Geschichte angeblich, dass, so ein Mythos als meiner ersten Coachings, warum man die Hände überhaupt zeigt, dass halt irgendwie so ein großer Kaffeehersteller in Amerika in den 70ern produziert hat und hat dann halt jemand da eingeladen, Schauspieler, alles cool, und dann sollte der dann halt die Kaffeetasse halten, so von wegen, oh lecker und dann trinkt er und beim Dreh fiel dann auf, dass er an einer Hand vier Finger nur hatte und dann haben wir gesagt, scheiße, das können wir nicht nehmen. Das lenkt total ab, das ist ein guter Schauspieler, sonst was, aber das ist definitiv ein ableckendes Bild. Haben Sie überlegt, ihm an einer anderen Hand auch einen Finger abzuschneiden? Oder den daran. Ja, und das ist so ein bisschen diese Mystik, äh Mystik, diese Mythos, das ist das, warum man denn die Hände zeigt. Aber, ja, und Profil, da gibt es ja auch lustige, also ich meine, es gibt ja immer, das hat man ja schon tausend Mal gesehen, dass man sagt, echt, sieht voll hübsch aus, oh, das ist ein hartes Profil oder andersrum so und das merke ich bei mir immer, wenn ich bei dir bin, wir schauen uns nochmal an, das Profil, was ich für eine krasse, für den Kopf einen krassen Rumpsschädelhaar, für so eine krasse Beule hinten dran, mit dem Nackenbereich und so, und dann denkst du mal, okay. Oder ich, der sich im Profil aussehe wie Ed O'Neill. Das hat ganz gut gepasst. Ich hatte gerade was, nämlich ein E-Casting, was wir gemeinsam gemacht haben. Also, für mich ist wie ein Navi bei der Partnersuche. Ich jetzt. Das war das, das war eins, der dümmsten E-Castings, die ich jemals für ein Dating-Portal jemals aufgenommen habe und da wir das beide so bescheuert waren und uns, glaube ich, beide voreinander geschämt haben. Und es waren hier nur drei Sätze und wir haben eine Dreiviertelstunde oder so dafür gebraucht, um das aufzunehmen. Aber im Endeffekt war es halt auch das Lustigste, weil ich musste halt so lachen. Irgendwann habe ich hinter der Kamera gestanden und Fritz aufgenommen. Fritz meinte, ey, geh da bitte weg. Und ich stand dann halt in der Ecke wie so ein schäles Kind. An die Wand gelehnt. Und ich habe ihn nur gehört und habe ihn nicht angeschaut und habe geheult, weil es so eklig, eklig gesetzt war. Ja, man hat doch nur in die Kamera geschaut und dann, sobald man sich so ein bisschen in Selbstreflexion wieder einkämpft. Also ich suche ja auch schon einen Partner im Niveau. Ich, oh, jetzt. Wir haben letztens halt auch wieder ein E-Casting aufgenommen für irgendwie so ein Einkaufs-Paradies-Geschäft-Plan. Ja. Bei Ervorstellungen oder beim Spiel oder sowas, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil du siehst dann, wie so das Leben aus dem Gesicht von Fritz hinter der Kamera anweicht und dann bist du halt mit dieser Pseudo-Energie da am Start und dann Fritz ist so, oh Gott. Das war aber auch wirklich ein besonders schlimmes Werbe-Casting, wo es darum ging, dass man quasi eine Rolle und einen Hintergrund mehr oder weniger improvisieren muss anhand von ein paar Eckpunkten, so als sei man eine Serienfigur. Ja. Und das ist für ein Werbe-Casting nicht nur total unüblich, sondern auch einfach absoluter Scheiß. Also kein, kein Schauspieler geht an ein Set von so einem 10-sekündigen Werbespot-Dreh und sagt, also ich habe mir zu meiner Figur jetzt mal Folgendes überlegt. Ich glaube, das ist so ein richtig penibler Typ, weil sein Vater hat ihn immer geschlagen an einer Sammlung an gut sortierten Gürteln. Ja, das ist eh das Krasse, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen gar nicht der Fehler des Kunden, sondern der Fehler der durchgehypten Werbeagentur, die den Kunden verkaufen will. Wissen Sie was? Wir machen sowas wie Stromberg bloß als Werbung und die gucken dann das jeden Tag, weil sie wissen wollen, wie geht es denn weiter und gleichzeitig verbinden sie ihr Produkt mit Stromberg, diesen Erfolg. Wissen Sie? Wissen Sie? Und dann bist du halt beim Casting und dann wird halt wirklich halt irgendwie Figuren dann kreiert mit einseitigen Geschichten so von wegen, wo sie herkommen, was sie immer machen wollten, und dann das Spiel ist komplett wie immer, sagst du halt deinen dusseligen Text, aber du sollst dich dann irgendwie ein bisschen mehr reinführen, kannst ein bisschen die Geschichte dir noch mitbringen. Was denn? Dass er diese Firma auf seinem Vater übernommen hat? Du weißt doch auch genau, wie es ist am Set von einem Werbedreh, da ist die einzige Anweisung, kannst du ein bisschen mehr lächeln? Ja. Also mehr, oder ja, nimm mal die Hand ein bisschen höher, damit wir das Produkt sehen. Danke. Beziehungsweise, also ich versuche nicht mehr nachzudenken am Werbeset. Ich habe, ich glaube, letztes Jahr im Sommer habe ich in Bukarest gedreht und das war für, ich glaube, Versandhandel-Dings oder was. Ja. Ja, ich wollte jetzt Okay, gut. Und bevor wir hier zum ersten Mal einen Schnitt machen müssen, weil du das Produkt nennst, fahrlässig. Und ich kam als so eine Art Handwerker rein und sollte dann halt irgendwie irgendwie so einen Hund bestaunen. Genau, also das Ding lief schon. Und der Hund machte was ganz Verrücktes und ich habe dann halt bestaunt und sollte mein Kollege, ey, guck dir mal den Hund an. Und dann meinte er, ja, nee, weil der macht es ein bisschen kräftiger. Also es sind dann immer so Adjektive, wo du sagst, hä, mach es ein bisschen mehr, mach es mal blumiger. Mach es mal irgendwie sowas. Und dann hat er dann halt einfach immer was gesagt und irgendwann habe ich ihn gefragt, soll ich mal, soll ich mal einfach am Stück immer wieder neue Dinger machen, komm immer wieder rein und du kannst immer zwischendurch reinschreien und ich mache, ja, genau, so machen wir es. Und ich habe dann echt mein Gehirn echt draußen gelassen und dann bin reingekommen und gefühlt habe ich immer das Gleiche gemacht und er meinte dann irgendwann nach dem siebten Nuss, so, so, hast du, hast du gemerkt? Ja, habe ich gemerkt. Und dann gehst du halt auch mal weg, weil du halt denkst, du bist halt erstaunt, okay. Und dann gehst du halt von deiner neutralen, also von deiner Erstaunheit halt, die meist immer drunter ist, also Werbung ist halt immer gefühlt, du spielst einen Comic, so. Und dann bin ich halt da reingekommen und so, oh, wow, der Hund! So, und dann machst du, hä, der Hund, der Hund, der Hund, der Hund, der Hund, der Hund. Und so was. Und denkst, ich glaube nichts davon. Und dann hast du halt einen, den der Regisseur gerade richtig geil findet, jetzt, hast du es auch gemerkt, ne? Und du willst nicht diskutieren, weil du denkst, es geht hier um Nüsse, echt um nichts, so. Und dann hast du, aber es hat mich richtig berührt. Und das Geile ist, weil dieser Hund animiert wurde, war da halt gar nichts. Ich gucke die ganze Zeit einfach so ein Kissen an. Und dann sage ich, ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Das ist krass, krass. Ich erinnere mich an einen australischen Regisseur von einem Werbedreh, wo wir in Prag waren. Und er kam dann noch in den Tag zu uns, ja, ich fand es gut, aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein Regisseur. Wir fragen jetzt mal den Kunden. Ja, das ist auch so geil. Aber der war mit dieser, mit so einer nonchalotten Resignation. Ich habe ja für eine relativ bekannte Suchmaschine gedreht, hier in Berlin. Und das war halt auch so ein gehypter schwedischer Regisseur. 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 Und in Schweden heißt das Regisseur. Ja. Das heißt auch gefährlicher Lachs. Und da waren zwei lustige Dinge. Einmal mein Schauspielpartner, weil es gab halt, es gab ein Recall. Und beim Recall wurde die ganze Szene improvisiert. Und beim ersten Mal beim Casting wurde sie ganz normal nach Text. Und beim zweiten Mal hat sie gesagt, ihr wart echt ganz interessant, macht mal halt eine Impro draus. Dann kam der zum Set, war dann umgefummelt, frisiert, im Kostüm, bla. Und dann sollten wir einfach mal durchgehen. Und ich gehe dann hin und sage, naja, hier, irgendwie mit einem Fisch irgendwas. Ja, hier, guck mal, wie geht denn der Fisch? Und ich gucke mir an, ja, weiß nicht, ein schöner Fisch, mal gucken, wie wir einen Fisch aufkriegen. Und ich gucke ihn an und denke, okay, das war jetzt komplett mal in eine andere Richtung. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du denn eine Idee? Oder soll ich das jetzt mit dem Messer machen? Und habe dann halt irgendwie versucht, seinen Text mit reinzubringen. ja, ne, ich würde sagen, wir legen mal los und gucken einfach, was passiert. Also er war voll im Improvisieren. Der Regisseur, der Schwedisch und Englisch sprach, guckte uns halt nur an und hat auch keinen Übersetzer. Und man so, okay, it's quite long, I think so. Und dann irgendwann hat ihn jemand das übersetzt und dann kam halt durch von wegen, das war ja nicht der Text. Und dann ja, mach doch mal den Text. Und er meint, wie den Text? Naja, den Text nach Script. Ganz kurz, beim letzten Mal, das hieß, dass wir improvisieren. Ja, beim Recall haben wir mal geguckt, ob wir auch zusammen so improvisieren können, hat funktioniert. Aber beim Spiel, jetzt beim Werbedreh, halten wir uns tatsächlich ans Drehbuch und deswegen würden wir jetzt gerne einen Text hören. Nee, das könnt ihr jetzt nicht machen, das tut mir voll leid, aber ich hab jetzt auf jeden Fall mich konzentriert auf den letzten Stand und das hieß ja ganz klar Impro. Ja, für das Recall. Und dann hatte der Schauspieler halt einfach seinen Text nicht gelernt für einen gut bezahlten, richtig gut bezahlten, sehr einfachen Werbedreh und der hatte dann halt irgendwie so fünf Sätze und dann haben sie immer versucht, die zu kürzen, jedes Mal einen Satz rausgenommen, bis er zum Schluss einen Satz gesagt hat und ich hab all seine Sätze gesagt, weil er halt einfach nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Der Kundenstamm saß separat im Lebenszimmer. Der wird übrigens immer gehätschelt und getätschelt bis zum Anschlag. Also wenn du es irgendwo drehst, wo du total heiß bist, dann gibt es halt so ein totales Vitalzelt, wo dann der Kunde da reingeschmissen wird, wo dann angenehme 25 Grad drin sind, irgendwelche Südfrüchte auf irgendwelchen schwedischen Tänzerinnen präsentiert. Die ganze Zeit The Girl from Ipanema läuft auf der Ukulele. Genau. Also es ist halt richtig krass, wenn du dann mal in dem Raum der Kunden bist, wo du denkst, wow, was geht denn hier gerade ab und der Kunde lässt sich das nicht nehmen und meistens der Kunden hat jeder 50 Prozent, das ist schon ordentlich viel Mitsprachrecht, sondern da sitzt halt einfach mal fünf und die diskutieren dann über Nüsse. Ja, und jeder muss ja auch was sagen. Da kann ja keiner mal irgendwie leise sein oder was zurücknehmen, sondern jeder muss mindestens eine Idee einbauen. Und jeder hat dann irgendwie so ein Department versucht, was er halt dann abzudecken kann, also nur so mit seinem subjektiven Laiengefühl und dann spielt es dir ja irgendwas zurecht und zum Schluss heißt es, ja, aber können wir zusehen, dass seine Armbanduhr, wenn er unten das Messer hält, ein bisschen mehr gedreht ist, weil man sonst assoziieren könnte, dass er noch was anderes präsentiert, außer unser Produkt so und dann ist es halt schon so eine komplette Gute Einwand, Herrn, das ist ein guter Einwand. Genau, das ist halt auch das Geile, dann steht halt der Regisseur daneben und der kackt dich vielleicht die ganze Zeit an und egal, was der Kunde sagt, ist ihm von wie, ah, das würde ich vielleicht nicht, überlegen Sie mal, sondern ja, 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 oh, gut, so, also jedes Mal dem Kunden das Gefühl geben, warum sind denn Sie kein Werberegisseur geworden? Sie sind ja perfekt, Sie sind ja eine goldene Gans, das ist ja Wahnsinn. Ja, manche würden sagen, zu perfekt. Ja, und da war es dann halt so, dass wir es dann irgendwann gemacht haben und dann der Regisseur meinte von wegen, ah, that's great, I guess, und ich gucke und so, hä? Und dann meinte, da habe ich erst verstanden, alles klar, da war immer, da war noch nicht mehr der Kunde dabei, sondern der Assistent, stand am Set, dann ist er halt zum Kundenraum gegangen, der Kunde hatte so ein Großbildfernseher natürlich, also ein fetten, weiß nicht, 60-Zoll-Ding da und hat sich die Sachen angeguckt, die unmittelbar so eine Furzlänge entfernt passierten, aber keiner kam, und dann kam halt der Assistent, der für den Kunden gesprochen hat, weil der Kunde hat auch nicht mit dem Regisseur kommuniziert, was auch super war, also der Kunden stammt, und der Assistent meinte, okay guys, it's great, but, und dann holt er eine Liste und arbeitet die ganze Liste ab, was der Kunde halt alles geändert haben möchte. Und der Regisseur guckt nur den Assistenten an und dann guckt er mich an und sagt, okay, whatever you said. Und dann ging's halt wieder auf, Anfang und los. Also der Regisseur war halt dann relativ schnell raus und hat sich dann nur noch mit dem Kameramann über seine ultravioletten Schuhe unterhalten, die er sich hier in Berlin in so einem komischen Sneaker-Store geholt hat, die im Dunkeln leuchten. Und das war halt irgendwie das ganze Gespräch, weil er hat nichts mehr zu tun gehabt, weil er hat immer fertig und dann hat er halt einfach nur den Assistenten anguckt, great, bad, und dann meinte er, just a moment. Ist halt weggegangen, kam wieder mit einer Liste und dann, okay, whatever is that. Weil das war halt seine Position. Er hat halt einfach, er hat es vorher gut gepitcht, gut verkauft und am Set war der Regisseur nicht mehr zu gebrauchen. Du warst doch mal für einen Werbespot nackt am hackischen Markt, oder? Ach, nackt. Ich hatte eine Socke an. Was der halt schon gemacht hat, ey. Das war so ein Social Spot. Für Pelze. Gegen Pelze. Was? Gegen Kinder, die Pelze nähen. Die Kleidung nähen. Aber, da habe ich neulich mal tatsächlich daran gedacht, jetzt kann ich meine ganzen, weil ich habe mal noch ziemlich alte Haare und Klamotten, die kann ich jetzt echt guten Gewissens tragen, weil die Leute, die es genäht haben, inzwischen volljährig sind. Meinst du, dass sie jetzt schon volljährig sind? Oder tot. Aber wie dem auch sein mag. Ja, das war so ein Spot, wo es darum ging, also die Aussage war, ich bin lieber nackt, bevor ich irgendwas trage, was Kinder genäht haben. So, und deswegen renne ich da am Rosenthaler Platz nackt rum. Gab es ein Casting vorher? Kurze Frage. Ja, es gab ein Casting vorher. Wo? Da war ich nicht nackt. Das war eine Filmstudentin von der Film... Von der Filmeschule. Jetzt sage ich es mal nicht. Und das Casting war tatsächlich nicht nackt, das war alles ganz angezogen. Ich glaube, eventuell musste ich, oder sollte ich kurz mein T-Shirt ausziehen, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Oder nur die Hose. Nur die Hose, ja. Nee, und dann hieß es mal, war immer so, ja, eigentlich wäre es ganz schön, wenn du nackt bist. Nee, wenn du kurze Hose an hast, und Socken und wir filmen die Knie und so, das geht schon. Das passt schon alles. Und letztendlich stand ich dann auf der Kreuzung barfuß. Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn du barfuß am Rosenthaler Platz langläufst. Wer kennt das nicht? Ja, aber dann auf der Kreuzung und dann war es eine totale. Also ich stand dann halt mit kompletter nackter Rückansicht da und wische mir einmal kurz den Schweiß durch die Haare und dann sage ich meinen Text. Also ich bin lieber nackt, als Klamotten von Kindern zu tragen. Du warst in der totalen und hast deinen Text gesagt? Ja. Nee, ich glaube, da waren wir ja dran. Es musste auch nach so organisiert werden, weil der Verkehr so laut drüber war. Ich wollte gerade sagen, oder in der super totalen kann es ja nicht geangelt werden und du hast den Ton ja nicht. Wir hatten es auch in der anderen und da ging der Ton auch nicht, weil das alles nicht abzumischen war, weil ja auch gerne mal Tonleute sich massiv überschätzen mit dem, was sie noch rausnehmen können aus dem Ton. Naja, und dann stehe ich halt nackt mit dem Arsch und halt wirklich hatte ich halt nur ganz klassisch die Socke an. Über dem Penis. Der Hoden war frei. Nee, ja, nee. Auch schön. Die Socke muss irgendwie halten. Und der Gummizug hält besser, wenn du ihn auch über die Hoden ziehst. Aber, das ist der Witz an der Sache. Ja, kleiner Penis, kleine Hoden, lustig. Der Witz an der Sache war, das Video sieht so aus, als ob wir das an einem sonnigen Tag gedreht haben. Aber das war Anfang Februar. Hi! Und das war ein richtig kalter Monat. Das waren minus 10 oder minus 12 Grad an dem Tag. Das war dann halt echt mal Daumen oder Fingerkuppen lang. Ja, aber da schon in kurzen Hosen mal lang zu laufen und nur die Beine zu zeigen, das war schon hart. Und dazwischen hast du halt immer so eine Decke und dann die Jacke und bist aus dem Auto und springst dann mal kurz raus. Aber du musst dann halt draußen sein. Und, weil die Idee war, dass es an einem heißen Tag spielt, musste ich natürlich schwitzen. Das heißt, die haben ihr Wasser auf den Körper gesprüht. Stimmt, weil Studenten, die haben kein Glycerin oder so. Alter Falter. Das war ganz schön. Also das nackte Rosenthaler Platz rumtunen ist das eine. De facto tiefgefroren zu werden ist das andere. Wow. Aber ich habe letztendlich, weil der bei dem Wettbewerb irgendwie ganz gut abgestimmt ist, habe ich 150 Euro oder so dafür bekommen. 4 mal 50 Euro bekommen, dass wir uns in einer komischen Diskothek haben wir die Geschichte schon erzählt. Keine Set-Geschichte. Vielleicht ja wahrscheinlich, aber ich meine, wer hört sich das hier schon stringent an? Ja. Wir reden mit dir, einziger Zuhörer. Da haben wir irgendwie, waren das im Kuhdorf. Im Kuhdorf. Da waren wir ja noch Schauspielstudenten, ne? Ja. Und da haben wir ein Gefecht auf einem Tresen ausgeforfen. Das war zum Kinostart von Fluch der Karibik 2. Ah, okay. Jetzt noch Flücher. Und die Decke war so niedrig, dass ich mit dem Florett immer hängen geblieben bin und habe dann irgendwann mein Gefecht, meine Choreografie vergessen. Und Fritz hat es mir versucht zu erklären, als wir dann irgendwie Degen an Florett an Florett uns kreuzen und vorne angegrummelten und die alle besoffen. Und er meinte irgendwie Terzikonterz und ich sagte, what? Was heißt das? Ich glaube, du hast mir deine Kopfnuss verpasst, um die Redepause zu überdecken und dann sind wir... Ja, aber wer hat vorher bei der Probe mit dem Schnauf in der Platze und auf der Stirn geschlagen? Und dann sind wir beide von einem Bar gestürzt und ich glaube, du zuerst und ich dann hinterher, weil ich... Nee, du... Ich bin zuerst. Ich habe dir ja die Kopfnuss, dann hast du getan, als ob du fällst, dabei bist du tatsächlich ausgerutscht und hast dich dann... Und dir Tresen war schon 1,30 hoch, und bist da von dort abgesegelt und hast einfach nur sich gut gefangen und ich habe gedacht, es wäre ziemlich blöd, wenn ich jetzt langsam vom Tresen... Ich muss da hinterher und da ich voller Adrenalin war, habe ich halt nichts gespürt und bin dann halt auch Fuß, Knie, Hüfte oder so was runter. War auf jeden Fall auch eine gute Idee, weil der Tresen ist ja nicht irgendwie nass mit irgendwelchen verschütteten Getränken. Beziehungsweise der Boden ist ja nicht wie das Letzte... Also viel peinlicher ist auch, dass wir dann im Kuhdorf... Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es noch oder wurde... Es wurde vor kurzem dicht gemacht, da traten oder treten ja auch Stripper auf und entsprechend wurden wir auch behandelt von natürlich die Ausgangslage, wenn Leute da auf den Tresen steigen in einem Piratenkostüm, gehst du ja nicht davon aus, dass sie jetzt gleich eine kurze harmlose Fechtchoreografie machen, sondern davon, dass es Stripper sind. Wir haben uns auch mit den Stripperinnen eine unkleine Kabine geteilt und so wurden wir halt auch von diesen ganzen 13-jährigen Mädels begrabbelt. Ja, das stimmt. Unschön. Und wir haben uns in der Kabine verhalten wie junge Küsterjungen. Ja. Also wir waren echt voll in die Ecke und versteckt und die Mädels waren dann halt irgendwie mit ihren aufgepumpten Atommöpsen. Ja. Und dann, wenn die dir ein Haar rumspielen und sonst was und du echt das erste Mal irgendwann wirklich runterschaust und dir nicht mehr diese ganze Brustparade da anschaust. Aber wie gesagt, wie? Also so feste Fäuste habe ich nicht. Ja, genau. Also das war das, ach, das war echt. Und der Typ, der dabei war, der war angeblich irgendwie ein ODK, ehemaliger ODK Schauspielstudent und sonst was. der doch irgendwie draußen noch schnell ist. Ah ja, aber jetzt, jetzt mache ich hier ein bisschen Gogo, ist viel geiler. Stimmt. Besseres Publikum. Genau, und der, ODK oder Ernst Busch, der hatte noch erzählt, der hat jetzt auch bei diesen Richtersendungen mitgespielt. Ja. Hier, so Richter Alexander Lösch oder so, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Da kenne ich die Leute auch, ja. Richtig gut. Die die Kamera anmachen. Ja, das ist, das ist groß. Ich glaube vielleicht mit Unterschichtenfernsehen können wir eine eigene Folge füllen, oder? Das können wir jetzt galant übergehen. Meinst du, weil wir zu viel da haben, oder was? Ja, ich meine, wenn wir das, ich meine, unsere Schicksalsgeschichten können wir auf eine eigene Folge ausdehnen. Meinst du, okay. Würde ich jetzt mal sagen. Ich hätte jetzt gar nicht so vieles, ich habe, ich glaube, wenn man da ein bisschen nachdenkt, ein bisschen ins Reden kommt, deswegen würde ich das vielleicht mal übergehen. Ich hätte ja noch einen anderen Spot, ich weiß, warum ich immer nackt bin am Set, aber, weil du so einen wunderschönen Körper hast. Danke. Danke. Kamera Patrick, der hatte Regie geführt, bei einem, nicht Regie, Kamera gemacht, bei einem Film von so einer Venezuelian, mit einer Regisseurin aus Venezuela. Der, der Man-Bahn-Typ? Ja, nicht mehr. Schulgröße 3? Ungefähr. Und, die hatte dann noch, die kam dann, die haben wir so mal getroffen und dann hast du mir das so gepitcht, wie es so, ja, es ist so ein leidenschaftlich und Liebe und, Hä, was, was? Es ist halt genau so, es geht um so eine Frau und so, die Protagonistin bin aber eigentlich ich und nee, das wollte ich nicht laut sagen, die immer so bedeutungslos erfähren hast und alle Männer verlieben sich in sie. und, das ist eigentlich der ganze Film. Einmal ihren Traumleben. Ja, eigentlich nur irgendwelche Sexstellungen durch, auch mit einer wirklich unattraktiven Partnerin, aber die war dafür echt nicht talentiert. Die war wirklich schlimm und dann, das Geile war, es gab auch Tanzszenen im Film und wenn ich mit jemandem tanze und ich bin der Talentierte von uns beiden. und er tanzt echt schlechter als ein Bär. aber was mir halt entgegen, es war halt so einfach so eine Choreografie, also es war ein bisschen mehr Akrobatik als das und sie hatte so, ja ne, ich glaube auch, ich habe ganz viel Tanz gemacht, aber so wie unsere Birte aus der Schauspielschule Tanz gemacht hat und die einfach auch, einfach so Anweisungen wie, dann deutest du an, dass du fällst und dann warf sie sich mir schon vollständig in den Arm. Oh Gott, also die alleine, das war schon eine unschöne Zusammenarbeit, wo der Setfotograf fragte mich am Set noch, Sebastian, wie schaffst du es eigentlich, wenn du die ganze Zeit Sex mit dir andeutest, keine Erektion zu kriegen? Talent, man, Talent. Ich schaue sie ganz genau an. Das war, das war wirklich, meine Güte, der ganze Film ist eine absolute Katastrophe. Aber ich meine, diese Fantasieauslebung, der hast du ja auf beiden Seiten. Ich meine, wir oft drehen halt irgendwelche untalentierten kleinen Kameracrues von Typen, wo dann halt einer die Hauptrolle spielt und hat dann halt immer irgendwelche krass hübschen Mädels am Start, mit denen er unbedingt knutschen muss. Wo du denkst, ah, ist das eklig, aber da leben halt so viele ihre Dinge aus. Naja, also wie gesagt, die Regisseurin machte halt am Anfang auch einen ganz netten Eindruck und ich da hatte halt noch diese Gedanken, so ja, naja, das ist vielleicht so einer von diesen gewagten Kurzfilmen, wo du halt mal so ein richtig extremes Material fürs Band hast. Aber, und dann wurde es halt, das war halt auch so eine ganz deutsche Crew dann und die dann halt so ein typisch deutscher, ich bin Mediengestalter, Bild und Ton, Manier, einfach den ganzen Tag nur bedeutungslos an den Lichtern rumgefummelt hat und den ganzen Drehauf. Noch ein Fähnchen, noch ein Fähnchen. Genau, und die Bilder sahen immer schlimmer aus am Ende, das kennt man ja auch, dass sie dann sich da tot korrigieren für irgendwelche Sachen, die keinen Unterschied machen. Und das, ja hier, das sieht jetzt ein bisschen blau aus, aber das kriegst du im Grading raus. Und dann, weil da weißt du schon genau, nee, nein, das ist dein völlig falsches Verständnis von. Und das wurde, das spiralte immer mehr in die Katastrophe rein, so an jeden, der, ich glaube, zwei oder drei Tage haben wir tatsächlich daran gedreht, an einem Studio, was sie da vorher aufgebaut, die haben so ein Set gebaut. Das sah auch gar nicht schlecht aus, aber alles andere, das war eine absolute Katastrophe. Der Film hieß es auch, weil du es mal nachschauen wollt, es gibt eine Facebook-Seite dazu, der Film heißt Velvet Dreamland. Schon widerlich. Und er endet damit, und das überlasse ich jetzt deiner und der Fantasie der Zuhörer, dass eine Rose im Schnee liegt, die Protagonistin langsam von der Rose weggeht und die Rose ihre Farbe verliert. Das ist eine wunderschöne Metapher. Und das Geile war, dann gab es halt eine Tanzsequenz mit mir und ihren anderen Ex-Liebhabern und das war halt ich und die zwei eindeutig schwulsten Männer, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Klischee-Schwulen. Ja, klassisch schwule Tänzer halt. Okay. So auch mit Fingernägeln gemacht und also halt Buh, Fingernägel gemacht? Nein, aber wurde halt einfach auf den Wer nutzt denn schon Schere oder Fingernagel? Nein, lackiert. Ah, okay. Wurde es halt einfach French Nails? Ja. Du kommst natürlich darauf hin, das zu sehen, dass das sind ihre, das ist die Parade ihrer Ex-Liebhaber. Wo du halt dann eigentlich nur denkst, als Zuschauer verstehe ich schon, warum die Beziehungen nicht funktioniert haben. Meinst du, du hast einen Typ, meinst du, du kannst sie drehen, ist das das, worum es geht? Und dann natürlich, wenn die Leute da am Licht stundenlang rumbasteln und du auch nackt bist. Warum darf ich nicht einmal eine Hose tragen? Autsch. Ich hatte mal einen schönen Werbespot gedreht in der Schweiz und das war auch, glaube ich, für so ein Schweizer Pendant von Sky TV und da war ich fünf Stunden lang in einer Badewanne, nackt. Und das Ding, mit oder ohne Wasser? Mit Wasser, aber diese Wanne, also der ganze Raum war so präpariert, dass halt so eine Fensterfront vor mir, Fensterfront neben mir und so Arme, weil es halt draußen lag alles voller Schnee und so arme Typen mit so einem Unkrautvernichter, mit so einem Bunsenbrenner, mussten halt irgendwie vorher drei Stunden lang den Schnee tauen draußen, dass die Kamera beim Schwenk halt bloß nicht den Schnee sieht. Es hieß vorher von wegen, ich bin halt nur zur Brust zu sehen und dann am Set hieß es, ja nee, der ist nackt. Dann war ich dann bei der Maske und dann hat die verschiedene Fleisch, also man hat in der Regel immer so Fleischschlüpfer dabei, außer man sieht von hinten den Arsch, dann ist ein Fleischschlüpfer sehr schwierig, außer der ist halt richtig stringig. Es geht ja um die Farbe, das ist kein Euphemismus für unsere Zuhörer. Ja, ja, ja. Ja, einfach mal rein in den Fleischschlüpfer. Dazu muss man sagen, dass ich für all die es nicht wissen ordentlich behaarte Beine habe. Sag auch gerne mal, wie meine Schwester eine Affenstrumpfhose trage. Und naja, und dann haben sie das Problem, weil der Kamera meint, ey, wenn ich hier auch an seine Hüfte vorbeischwenke mal, weil ich auch dachte, wo schwingst du vorbei? Aber da habe ich einen krassen Kontrast, weil ich sehe halt einfach dieses behaarte und dann plötzlich Cut und dann hat man den Fleischschlüpfer und dann haben die diskutiert und dann habe ich gesagt, Jungs, Jungs, Jungs. Ich kann auch einfach nackt. Ich kann auch einfach nackt. Und das war das erste Mal nackt vor der Kamera und ich wollte es halt einfach mir beweisen, ob ich das kann. Und ich wusste, ich habe immer Geschichten gehört von Private Set, da sind da drei Leute, alle, die dazugehören, sonst keiner. Vorher hast du dann halt irgendwie deine Räumlichkeit alleine und hast tatsächlich so einen Satin-Bademantel. Fühlt sich gerade wie so ein Pornodarsteller. Den hatte ich da auch schlimm. Habe ich weggeworfen. Ich habe einen Sweater übergezogen. Satin ist das Schlimmste, was man anziehen kann. einen Satin-Bademantel. Und dann bin ich halt am Set und dann waren da ungelogen 15 Leute. Essen genüsslichere Mettbrötchen. Hinter der Kamera ein paar, drei vom Kundenstamm. Lustigerweise bestand der Kunden auf fünf Personen. Zwei Männer, drei Frauen. Alle drei Frauen waren am Set. Zwei Männer waren halt am Fernseher. Und dann kam irgendwie so ein Mädel auf mich zu und machte den Bademantel auf. Circa 21. Wow, wow, was, ey, das kann ich selber. Ich bin die Yvonne und ich bin heute eine persönliche Assistenz im Bereich Kostüm. Ich trage kein Kostüm. Geben. Und macht halt das Ding auf und reißt mir den Bademantel vom Leib. Und ich stand dann erstmal und es war erstmal so 21, 22. Und alle schauen dir natürlich auf den Pimmel oder auf den Arsch. Und nicht von wegen, ja, dann gehen sie doch schon mal in die Badewanne rein, sondern, okay, das ist der Kerl. Alles klar. Und dann stand die Badewanne halt da und dann hast du halt so eine Handwerker, Typ, richtig Handwerker, so dreckige Mörtelhose, unten so Arbeitsschuhe komplett in den Dings. Und die haben dann immer mit so Handwerkseimern, die von außen richtig verrotzt, dreckig aussahen, drinnen hoffentlich sauber und haben dann das heiß-warme Wasser eingegossen. Natürlich haben die halt die Mischung gemacht, kalt-heiß. Und die hatten das erstmal so bis zur Hälfte drin. Dann habe ich mich reingesetzt, war halt angenehm warm, war aber so tief, dass ich schon fast, fast der Pimmel war aus dem Wasser. Und dann gesagt, ja, ja, wir füllen nochmal nach. Ach, dann kam der erstmal rein, und ich so, heiß, heiß! Und dann hatten wir schön so ein kochendes Wasser auf die Beine, kam der andere, so ein bisschen Energie, ah, kalt, kalt, kalt! Und ja, so ist es halt so. Und dann warst du halt da im Wasser und, ja, und dann hast du dich nicht mehr rausbewegt, bis dann der Regisseur irgendwann meinte, nochmal eine richtig geile Szene zu machen, die dann natürlich nicht gekauft wurde, weil es draußen halt dann irgendwie Minus gerade waren. Haben sie nochmal richtig heißes Wasser reingegossen, dass ich dann mich einmal bis zur Brust tief ins Wasser legen konnte. Dann haben sie alle Fenster und Türen geöffnet und ich sollte dann einmal raus. Es ging in der Szene nur darum, Entschuldigung, dass ich Fernbedienung drücke und dann so aufgeregt, weil das Programm so geil ist. Und dann stand ich halt dann einmal nackt und mein ganzer Körper hat gedampft. Und er meinte, er kannst du von Hintern hinten den Rücken hoch und dann ziehst du auf und dann schaltete er um. So richtig Cowboy-mäßig. Ist hier der nackte, dampfende Cowboy. Ja, genau, genau! Ja, komischeweise. Ah, wie in dem Clint Eastwood-Film, der nackte, dampfende Cowboy um 12 Uhr. So, und leider wurde seine... Guter Film übrigens. Leider wurde seine Szene dann, seine Einstellung nicht gekauft. Ja, die konnte er aber privat noch nutzen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir brauchen noch so... Dann haben sie halt einen POV-Fernseher überlegt und dann wollten sie halt einmal so auf mich, also auf mein erstauntes Gesicht und dann aufziehen, dass man sagt von wegen, guck mal, der liegt ja nicht mehr in der Badewanne, aber das Gesicht war, als ob der gerade aufgeregt im Fernseher auf dem Sofa sitzt und dann meinte dann der Kameramann, ja, wenn wir das so machen, dann wird es ein 1A-Pimmelshot. Und der Kunde stand halt daneben, der Österreicher, äh, der Schweizer Kunde meinte, äh, Pimmelshot. Und dann fing halt der Regie-Assi an zu lachen, der Regisseur guckte halt mit großen Augen und der schob halt drauf, ja, ich erkläre das mal, also, ein Pimmelshot. Und dann warst du draußen, dachte ich so, hei, 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 hei. Aber irgendwann ist krass, wenn du halt die ganze Zeit nackt am Set bist, merkst du halt auch, wie es eigentlich, weil du hauptsächlich mit den Kollegen, die das Wasser reinkippen oder halt irgendwie Maske und sowas, wie das Dehnen viel unangenehmer ist, wenn es dir denn irgendwie egal ist. Also immer, wenn du dich drehst, so was haben sie das Gefühl, als ob du giftig bist, wie alle plötzlich wegschwimmen. Äh, 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 willst du kurz raus, sollen wir kurz weg? Nee, ist okay, ich dachte nur, ich geh mal kurz zur Seite. Und das war so mein erstes Erlebnis nackt, aber es war nicht das letzte Mal nackt. Aber so gesehen hatten wir halt auch, äh, da fällt mir ein, äh, was, oder was fällt dir denn äh, ein zum Thema, äh, Essen beim Casting? Er macht eine lautlose Applausgeste, tanzt jetzt vor Freude und küsst, äh, den Popschutz. Das war das Geräusch, in meinem Kopf aufs Mikrofon gesunken ist. Ähm, ich, nichts hasse ich so sehr wie diesen dummen, äh, Genussshot, sagt man ja auch. Hatte ich heute auch wieder. Kommt auch aus einem anderen Genre, da heißt es auch teilweise Genussshot. Ich meine, da wird Pornos. Äh, 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 nichts hasse ich, hasse ich, hasse ich so sehr wie dieses Dumme. Ja, dann trinkst du einen Schluck und dann schmeckt es dir richtig gut. Nee, nein. Das ist, das gibt's nicht diese... Schmeck nochmal nach und schau nochmal das an. Widerlich. Es ist richtig erfrischend. Vor allem, äh, da dachte ich daran, als ich, ähm, eine Flasche, waaah, vor zwei Tagen trinken musste. Trink ich auch. Trink mal ordentlich... Widerlich. Ein großer Schluck davon und dieses, waaah, schäumt im Mund. Du hattest einen großen nur? Ja. Ich sollte, ich sollte, Aaron, du machst mindestens, äh, vier richtig tiefe Schlücke. Ich musste richtig... Göh, göh, göh. Und ich, und dann sollte ich halt das Produkt anlächeln, also die Flasche anlächeln und ich dachte, es zerreißt mich. Ja. Weil ich halt einfach, also ich mag das Zeug, ich mag es aber nur kalt. Ich, ich hasse es. Aber ich musste halt dann rülpsen wie ein Elch. Und dann hast du halt dann und machst dann so, das ist ja wirklich... Und dann, okay, danke, und dann hast du... Ja, ich, ich habe ja erst mal da bei dem Boden voll gekleckert. Vielleicht musste ich deswegen nicht nochmal, weil es dann, es schäumte so sehr, das schäumte aus meinen Mundwinkeln raus, als wenn ich ein tollwürdiger Elch wäre. Wie, und du bist die aber Shortlist? Ja. Wenn sie das genommen haben, okay, er sieht aus, als ob er bricht. Ja, das können wir doch ganz gut nehmen. Das Geile ist, wir hatten ein Kind, der das halt auch trinken sollte. Und der hat das vorher noch nie getrunken. Und der Castor meinte, trink mal ab. Geht schon los? Nee, trink mal vorher ab, sonst bekleckerst du dich vielleicht. Geht schon los? Na, okay, läuft. Jetzt trink mal. Und das Kind trinkt und trinkt, also das Trinken war echt gut. Es hat zwei, drei, vier Mal so geschluckt und dann setzt es ab und dann ist es wie die Katze, die ihren eigenen Kot riecht. Also riecht dieses, wie heißt das nochmal? Das hast du schon mal? Fremen? Flemen? Genau, wir hatten es ja irgendwie, am Anfang hast du es mal falsch. Ich glaube Flemen ist es eigentlich. Das war das Richtige. Und dann guckt es echt mit so offenem Mund so, äh. Ja. Und machte dann, und dann machte irgendwie so eine Pause und es sah für jeden aus wie eklig und dann macht es noch, oh Gott. Und der Kamerammer musste voll lachen und dann meinte, okay, äh, du magst das nicht so, oder? Es schmeckt ja widerlich. Und dachte ich, krasses Kind, dass sonst immer nur Zucker trinken, was man halt so annimmt. und dann meinte, okay, wir machen das nochmal. Kannst du so tun, als ob das gut schmeckt? Das Kind halt sagt nichts. Ja. Okay, dann mach es nochmal. Das Kind trinkt noch zweimal. Dann dachten wir, äh. Nee, du sollst so tun, als ob es gut schmeckt. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht schmeckt. Nee, aber dein Gesicht war, aber es schmeckt scheiße. Und dann habe ich gesagt, krass, wie gut. Haben sie euch das auch mitgegeben, die angefangenen Flaschen? Meins war alle, weil ich es ja umgekippt hatte. Ja, meins. Und dann so, ich kann es ruhig mitnehmen, die Flaschen. Und ich, ja, danke. Habe es dann mitgenommen und an der nächsten Ecke unter den Müllärme gestellt und das Kind, mit dem ich gespielt habe, auch mit der Flasche in der Hand raus und als erstes gemacht hat, die Flasche der Mutter in die Hand gedrückt. Hier, mag ich nicht. Das, was für ein Das Kind hat es bei mir auch dann abgegeben, der Mutter, aber hat dann im Gegenzug erstmal eine schöne Sprite gekriegt. Nice. Weil das ist ja... Eine schöne... War das jetzt? Andere Getränkeoptionen sind verfügbar. Naja. Keine Schleichwerbung zu machen, außer Malzbier. Weil niemand macht Malzbier. Wir sprechen jetzt ja hier nur über die Sachen, die im Casting, aber... Ja, 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 wegen der Scherz. Hauen wir uns jetzt. Nicht mal, aber was ich sagen sollte, beim Essen mussten wir schon so oft trockenes Weißbrot essen und meist ist es dann das Pendant zu irgendeinem Burger oder sowas und dann sollst du am besten noch danach irgendwas sagen und wenn du halt dann diese Maismatsche im Mund hast... Das ist mal ein guter Burger. und dann sollst du es runterschlucken und ich hatte echt... Also dieses Klischee-Ding ist mir so oft schon passiert, dass du... Und versuchst zu schlucken, Chris, hast keinen Speichel mehr und hast dann den Text und denkst dir irgendwann, okay, ich sag's trotzdem mit was im Mund. Das ist ein guter Burger. Und du hast gerade fünf Oktaven gesprochen und dann... Ich hab's aber überall. Ja, okay, dann warte mal kurz, wir können Ihnen einen Schluck Wasser... Oh, wirklich? So, okay, warte. Oder soll ich's ausspucken? Ja, nee, dann holen wir dir Wasser. So, aber denkst, denk doch mal kurz mit, es gibt nicht ein paar Caster oder Castingagenturen, die so pfiffig sind und geben dir immer irgendwas saftig, fruchtiges, oft auch das Produkt, was auch gar nicht so schlecht ist, von Optik auch für den Kunden, wenn du sagst von wegen hier... Der Kunde kann sich ja gerne mal nicht vorstellen. Der kann sich gar nichts vorstellen. Die kleinste Veränderung. Kannst du ein Foto mit der Brille schicken? Malt doch eine Scheißbrille auf mein Gesicht drauf. Was kann die Kunde jetzt nicht... Kannst du... Ah, kennst du bitte vielleicht... Ja, wie siehst du ein ohne Bart aus? Hier ist ein Foto. Nee, wie siehst du jetzt ohne Bart aus? Ja, genau so, bloß... Nee, Könntest du das mal schwer vorzustellen? Ich hatte neulich ein E-Casting für ein Schokoladenprodukt. So eine Tantenschokolade. Eine was? So eine Tantenschokolade. Was ist das? Ich versuche mal zu beschreiben. Ja, sowas, was bei der Tante rumliegt. Ach, okay. Ich dachte... Der Aaron kommt zu Besuch. Komm, jetzt geben wir ihm mal die guten... Quality Street. Ja. Ganz früher bei meiner Auge. Und da hieß es fürs E-Casting unbedingt für den Genussshot diese Süßigkeit. Solltest du kaufen? Ja. Hast du gekauft? Nee, ich hab Brombeeren gegessen. Äh... Ich schreib's nochmal größer auf. Ah, okay, okay. Das ist so ein Tantending, ne? Ja, früher bei meiner Oma gab's das immer. Ja, genau, sowas. Also halt, was du als Kind nie freiwillig essen würdest. Süß, klein, mit einer Nuss drin. Ja. Genau, kauf das mal fürs Casting, um mir ein bisschen die Umsätze voranzutreiben, oder was? Und... Nee. Abscheulich. Ja. Ja, also... Also, das Gute ist, dass es mir meistens noch Spaß macht. Also, glaube ich, sonst wäre es halt echt dumm. Das mit dem Kind war super. Also, das Coolste fand ich einfach, wir durften halt irgendwie echt so körperlich viel... Ja, red weiter. Red darüber. Wird das auch einer der Tags von der Folge? Körperlich viel mit Kindern? Es wurde viel rumgetobt, und das fand ich ganz lustig. Und er meinte dann irgendwann, sprang das Kind, meinte, ich bin John Cena, und macht halt so ein Elbow-Drop-Dings. Da dachte ich, geiler Typ. Da sprach meine Sprache, der Otto. Ja, richtig gut, so ein bisschen beweg geschaut am Wochenende. Ja, haben wir noch was? Wir sind jetzt bei der 1-Stunden-Marke. Ja, wir hätten wahrscheinlich noch 1.000 Geschichten. Ja, genau, aber jetzt vielleicht noch eine gute Anekdote. Eine gute. Du darf, ich darf ja nicht über Schicksale reden. Naja, jeder eine gute. Ich sag, damit bin ich mir sicher. Was ich halt lustig finde beim Casting, weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, voll verliebt, küssen, und du denkst, okay, dann kriegst du halt einen Kuss. 4-2, meinst du? Und du kriegst halt von einer fremden Person einfach mal einen Zunge im Mund. Also, und da denkst du, wow, das ist eine romantische, also ist jetzt so ein, oder was ist das für ein, und dann die Castor, nee, ey, lass mal, mach mal, mach mal. Du hast ein bisschen Plack auf B4. Und du denkst, ey, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel gerade. Apropos, ich hab mir jetzt, ganz kurz, ich muss es einwerfen. Lass es, mach es. Ich muss mir jetzt nicht im Podcast erzählen, ist das wertlos. Ich hab mir eine elektrische Zahnbürste gekauft. Hä, ich dachte, du machst das. Am Prime Day. Dachte ich auch, aber jetzt die neue, ist gut. Hast du Ultraschall oder mechanisch? Also, ist die halt so krass, oder Nee, die ist schon, die vibriert schon ziemlich stark. Okay. Ich hab eine Ultraschall und die ist ziemlich geil. Der Griff ist schwarz. So haben sie mich bekommen. Ist das die, die Fairtrade, blablabla, irgendwie, oder? Sehe ich so aus. Nee, weiß ich nicht. Du bist nackt für, gegen Kinderarbeit. Nee, ich kann dir immer die Packung zeigen. Oder die Zahnbürste. Nur die Packung. Komm nicht in die Nähe von der Königin. Ich meine, das steht ja nicht genau drauf, auf der Zahnbürste, was die Zahnbürste ist. Das war ein Prime Day-Angebot. Deswegen hab ich es gekauft. Gut, Entschuldigung. Ich wollte nur mal drüber reden. Also, wenn ihr noch keine elektrische Zahnbürste habt, vielleicht liegt es daran, dass ihr, genau wie ich, elektrische Zahnbürstenerfahrungen in den späten 90ern gemacht habt. Aber die elektrische Zahnbürstenindustrie hat Fortschritte. Aber du hast doch die ganze Zeit hier mal elektrische Zahnbürste gehabt. Das war nicht meine. Ja, aber mit tausend Aufsätzen. Ja, aber ich benutze noch nicht von jemand anderem die Zahnbürste, wenn es nur in den Griff ist. So widerlich. Sagt der Typ, der beim Kacken ist. Das hab ich so nie gesagt. Habe ich jetzt auch nicht dementiert. Du paraphrasierst. Es könnte mal sein, dass ich morgens, um Zeit zu spannen, das Müsli mir auch bei Entleerung einverleibt habe. Es nicht beim Kacken essen. Ach, süße. Ach, süße. Was für ein gutes Ende, ey. Zeigen Sie doch mal die Hände. Ach, süße. Ja, habt ihr auch gute Geschichten? Ich versuche mal noch daran zu denken, einen Link einzubauen. Ja, aber schreibt uns, bitte. Und zwar an fönnösergmail.com Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Oder ihr tweetet uns, wenn ihr was Kurzes zu sagen habt, auf Twitter, wo man tweetet, an fönnöserpod. Ja, schön. Kommentiert, Glocke, abonniert, eine Frage unter fönnöser mit Dirk und Klaus bei oder auf YouTube. Ich weiß aber nicht, bei RTL und Sat.1 und ZDF, die haben ja ihre eigene Beschreibung, ob es auf, im, zu, beim, im, auf, um, im, 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 im YouTube. Er macht ein Podcast-Dab. Ja. Oh, mein Muskelkater. Cool. Oder ihr abonniert Fönnöser mit Dirk und Klaus bei iTunes oder Podcast Addict, wo auch mal ihre Podcasts hören. Schaut doch mal auf die Seite. Genau, fönnöserpod.com Genießt auch einfach mal diese lustigen Bilder bei YouTube oder diese Kurz, äh, Kurzgeschichten, die da drunter mal stehen. Hm. Auf meiner Feder und ich glaube, auf der Seite, auf der Seite schreibe ich das. Schreibt der alte Klaus, aber die versteckten Hinweise. Ihr findet uns, ihr findet uns schon im Netz, ihr findet uns. Ähm, was haben wir denn sonst noch so? Nichts. Wie das hat, ja? Nein, ist okay. Was? Du wolltest eine Schicksalsfolge machen, deswegen darf ich dir nicht nur reden. Ja, vielleicht dann. Ich habe letztens wieder eine Anfrage gekriegt, aber leider kann ich an den Tag nicht. Ah, schade. Ähm, na komm, sag mal eine Schicksalsgeschichte, das wird jetzt schon nicht unsere Schicksalsfolge. Ja, ich weiß ja nicht. Da war es halt arschkalt, sollte halt dann irgendwie, glaube ich, auch im Warm spielen und dann kam irgendwie, glaube ich, in einer Szene meine Freundin zur Tür herein und man sah halt hinten, alles war weiß, weil es gerade geschneit hat, alles war, und man meinte irgendwie, ach du Scheiße, das ist jetzt ein bisschen, ja, nee, kein Ding, wir ziehen voll nah auf sie ran, hinten ist alles verschwommen, merkst du gar nicht. Die sind halt auch immer, was ich so geil finde bei denen, es geht nicht um viel und wir können improvisieren bis zum Anschlag und von oben gibt es halt immer nur ein Go, wenn die Leute halt einfach einen Text gesprochen haben, der ungefähr so im Drehbuch stand, dann heißt es immer, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich muss sagen, die Teams dahinter sind schon gut. Also die sind in dem Sinne gut, weil die halt sehr lustig und lieb und sowas sind und das ist das, was halt dann irgendwie Spaß macht. So, du kannst halt echt krass große Dinger drehen und wenn dahinter ein scheiß Team ist oder deine Kollegen keinen Bock haben, dann ist es nur noch ein großer Scheiß und nicht was anderes mehr. Ja. Bis nächste Woche, ihr alten Ferkel. Gurken. Scheiße, hier hat ein Knopf nicht getroffen. Warte, wir sind auch drauf. Ja. Ciao. Ciao. Vielen Dank.